Du würdest uns beiden Zeit sparen, wenn du das hier beenden würdest. Für jemanden, der sich Sprecher nennt, hast du sehr wenig zu sagen. Offensichtlich konnte einer deiner Hüter sein Licht zurückerlangen. Du sagst, du hast keine Macht über den Reisenden und jetzt... Das... Erkläre es mir. Sprecher. Das Licht lebt überall. In allen Dingen. Du kannst es aufhalten, versuchen es einzufangen. Doch das Licht findet seinen Weg. Und der Reisende wird sich schützen. Der Reisende. Jahrelang untersuchte ich ihn. Die Welten, die er berührte. Seine Macht über Leben und Tod. Wir sind nicht allzu verschieden, dein Reisender und ich. Du hast nichts mit dem Reisenden gemein. Nichts. Du denkst, du hast Macht, Kontrolle. Ich kenne Leute wie dich. Jemand wie du fängt klein an und wird klein enden. Wenn der Reisende wirklich selbst die Menschheit auserwählt hat, dann kann ich selbst nehmen, was mir gebührt, das Licht an mich reißen und das System in Schutt und Asche legen. Nur wer vom Reisenden auserwählt wurde, wird im Licht wieder geboren. Ja, das weiß ich. Deshalb eroberte ich deinen Planeten und ließ dich bisher am Leben. Der Reisende wird mich auserwählen, Sprecher. Und du wirst mir sagen, wie. So, Rückkehr zum Orbit. 99 Kills haben wir gemacht. 18 Prävisionen. Ich verstehe das mit dem Pferen nicht. Den Pferen verstehe ich nicht. Nahkampfkills. Ich habe einen Nahkampfkills gemacht. Okay, wir drücken O. Okay, er will also unser Licht. Ich denke mal, wir sind mit Licht gemeint. Eine Sammlung in Worn etwas hinzugefügt. Drücke F1. Drücke A. Drücke nochmal A. In deinen Sammlungen kannst du sehen, welche Gegenstände du hast und welche noch fehlen. Ja, eine Menge fehlen uns da noch. Vor allem Flares. Fehlen uns eine Menge. Deine Sammlungen kannst du... Achso, haben wir ja gerade. Hier, Open World. Kreuzungsabzeichen. Nuh gut. Oh, hier ist unser neues Schiff. Uh, neues Schiff an Bord. Achso, falscher Knopf. Entschuldigung. Navigator. Waren wir hier jetzt irgendwas fertig? Ja, da. Wir haben das fertig. Wir haben Automatikgewehr-Kalibrierung fertig. Sonst haben wir noch nichts fertig. Vorhut. Wirkliche Mission. Diesmal nicht die Verbrennung, sondern die Springflut. Ohne Strom ist der Widerstandsverwahrers an seine Grenzen gestoßen. Gib dich tiefer in die Archeologie hinein und hilf ihnen, diese Grenzen zu überwinden. Tägliche Story-Mission. Okay. Machen wir einfach mal. Gucken mal, was passiert. Also wir fliegen davon. Captain, volle Kraft heraus und Abmarsch. Eiei, Hoppel. Abverstanden. Uh. Uh. He he. He 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 he. Alles klar, let's go. So, wo ist der Feind? Stelle dich der Energieversorgung an der Station wieder her. Alles klar. Ach, das ist einfach. Ich geh rein, leg den Schalter um, geh wieder raus. Habt verstanden. Hui. Guck mal, ich nehme mein Schwert in die Hand, damit das episch aussieht. Dum, dum, dum. Dum, dum. Diese goldene Pistole da am Rücken, ne? Keine Feinde hier, oder was ist los? Hier geht's ab. Was ist hier los? Hüah. Hüah. Oh, warte. Zack. Zack. Haben wir die Gefallenen hergeführt? Nein. Diese Geier sind uns seit der Evakuierung auf den Fersen. Hui. Haha. Sollte da vielleicht nicht so drin ist rumstehen. Juhu. Das ist noch ein ganz dicker. Müssen wir da hin? Oh, wir müssen da hin. Wir müssen leider in die Richtung. Okay, Schwert in die Hand. Let's go. Let's go. Jetzt komme ich. Uah. Uah. Noch jemand? Moment. Sloan, Amanda. Die Schar hat alles infiziert. Bi, 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 bi. Holiday, wir müssen dich wieder in die Luft bringen. Wir brauchen eine Gefahrenabschätzung aus der Luft, damit alles sicher bleibt. Oh. Oh. Ja, weißt du, mein Schiff musste während der Evakuierung ordentlich einstecken. Sobald alles läuft, führen wir deine Reparaturen zuerst durch. jumm 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 so haben die zwei gegner die einem aneinander kämpfen und ich töte sie alle wir werden mich doch veräppeln, ja. Banade! Weg! Weg! Oh! Glimmer! Wir brauchen Glimmer! Oh oh! Warte, Juki, Juki! Wir können die Bellen Energiekonvertierer sehen. Klasse, leg den Schalter um und aktiviere sie. Weg den Schalter. Piep, 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 piep! Greife auf Systeme zu. Greife auf Systeme zu. Ich auch. Einige der Kolben bewegen sich, aber wir sitzen immer noch im Dunkeln. Alles klar. Oh! Fünf viele Tassen gedrückt. Irgendwas lief falsch. Die Kolbenklemmen. Tut mir leid, aber du musst dafür mich raus und eine Übergangslösung finden. Kein Problem. Ach, die Mission kennen wir aber schon. Die hatten wir leider schon. Hallo? Hallo? Wie lange wird das in hell bleiben? Vor allem, was war hier überhaupt hell? Ja. Die, 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 die. Ah. Ah. untersuchen wenn wir haben wir uns noch nicht untersucht die gefallenen wollten das wohl mit einer kette verschließen netter versuch leute aber ich glaube nicht dass wir so die schlag schlagen denn also dd 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 wie Hm, warte mal. Irgendwie fühlt mir der Raketenwerfer. Muss ich ganz ehrlich sagen. Jetzt komm ich! Hi. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Oh, was war das denn? Was war das denn? Ich glaube die haben gerade Raketenwerfer reingeschossen. Wuuu. Hi. So, jetzt geh ich hier lang. Nicht mit mir. Na komm. Warte mal. Hat er sich einfach wieder hochgehalten. Na wo bist du? Ja. Klatsch. An die Wand gepresst. Erstmal hier oben den ganzen Abfall weg machen. Die sind so weit weg, dass ich nicht mal deren Energie sehe. Raketenwerfer, ne? Können die einfach so reinschießen und dann wäre alles Tudi. Komme ich ganz langsam an den Hut. Jetzt komm ich schnell. Aber schnell. Das ist schnell aber schnell. Hä? Ich glaube da so ein Selbstmordaktentäter kann das sein. Aber wenn ich das schwer dann halte. Vor allem ich hab die ganze Zeit super bereit. Ne? Ich mach das jetzt auch mit super. Ich hab mir die Beine gebrochen. Der Tod zählt nicht. Ich bin aufgerollt. Ich bin aufgerollt. Ich bin aufgerollt. Ich bin aufgerollt. Bananenschale. Sachte landen wie ein Baby. Ich bin aufgerollt. Toben. Was war toben nochmal? ah ja irgendwas mit strom fand ich nicht gern was mit strom oder storm oder irgendwie sowas ach die kanale war auch wieder voll für den arsch ich wollte das ja jetzt mit super machen mein letzter noch jemand geht weg geht bloß weg wir sind so oft an euch gestorben ihr schweine wer schreit hier rum hast du das ja ich frage ja gerade zum glück bin ich wieder weggesprungen wir wollen die explodieren alle gar nicht alter fall da was denn das sind für viecher oder sind ja noch welche das ding fliegt voll auf mich dazu und ich bleibe trotzdem stehen in der hoffnung dass er ja aus versehen an dem geschossen hat enthalten sich immer wieder trifft mich trotzdem ich habe mir schreit Okay, was haben wir hier? Ravioli-Dosen. Jaja, abwärts ich, auch abwärts... Also die ist gleich noch mal so gerade nach oben. Und zack. Okay, hier ist nix. Okay, wie kommen wir denn jetzt weiter? Seht ihr mehr als ich? Nee. Achso, lol. Ja, das muss man ja auch wissen, ne? Weiß man ja auch nicht. Der erste Kolben läuft. Wir haben ihn sauber geschrubbt. Oh ja, wir haben das Problem gefunden. Die Star hat den Kolben verschleimt. Das ist echt toll und so, aber... Hier ist es immer noch dunkel. Dann schaffen wir Abhilfe. Dann musst du wohl noch mehr sauber machen, Hüter. Okay. Wo und welchen? Da hinten der. Okay, alles klar. Wer schreit denn da schon wieder? Okay, hier geht's nicht durch. Wie ein Horror-Spiel vor, mit diesem Geschrei. Ich hab doch gerade da hingeguckt. Und jetzt mit Anlaub und alle hopp. Und jetzt? Hätte man sich auch denken können, ne? Hui. Da kommt was Böses. Tag. No. Ist ja Dreck Ist sauber, hier liegt immer noch Alles Dreck Guck mal, durch die Wellen Wird das angetrieben Ich will nicht runterfallen Und das Level kennen wir doch noch nicht Ich kann mich nicht daran erinnern, hier rumgesprungen zu sein Was? Was bist du denn? Eine Hexe Okay Wo sind die Hexen? Er dreht durch Er dreht schon wieder durch Ne, da oben ist nix Er hält alles für'n Feind Oh, hallo? Hallo? Die Sicherung muss hier irgendwo sein Finde sie und leg den Schalter um Hab ich Wie ich gesagt habe Es passiert was Es passiert was Das ist hier auf meinem Mikrofon Um diese angefangenen Feindübertragungen kümmern Oh, warte Antenne auffahren Wie anfangen war's Okay, jetzt dahin Oh, fertig Fertig Mh, 58 18 fern Ich weiß Mir sagt das einfach Ne Halt mal diese Alleingänge Ich hätte gern Einen Mitspieler Ich hätte so gern Einen Mitspieler 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 Ich hätte so gern Mitspieler Yeah, 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 yeah Ich hätte Einen Mitspieler Mitspieler Oh, es geht Warte Okay M, 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 M M, 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 M